Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Das Thema heute ist der Petsi Mini Eggball. Den gibt es in zwei Varianten. Einmal in der Variante Standard und in der Variante MagSafe. MagSafe heißt, der Ball ist platzsicher. Wenn der Ball kaputt gehen sollte, dann entweicht die Luft langsam. Ansonsten sind beide Welle gleich. Von der Länge her 36 cm, Durchmesser 18 cm. Die MagSafe Variante hat die Farbe Anthrazit und die Standard Variante die Farbe Blau. Der Petsi Mini Eggball ist erhältlich in verschiedenen Sparpaketen. Diese Sparpakete habe ich dir innerhalb des Beitrages noch einmal verlinkt. Darüber hinaus erhältst du mit jedem Petsi Mini Eggball eine zwölfseitige, sehr ausführliche Übungsbroschüre dazu. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018